Döpdöpdöp Döpdöpdöp Äh, kann sein So snipen hat man relativ gut an Jaaaa, guck nicht ins Klo Haha, schönes Anfangsstartboard-Satz-Dings von Hashan gedacht Und bei weiter einem Team ist noch der Sam Getarnt als SNM Reiß die Lüge Und die Lüge Ich bin der Digi-Held und wieso stehen wir noch hier rum? Tschüss mal Alles klar Sie haben das Benzin, jetzt zurück zum Boot Was für'n Benzin? Es gibt's hier ohne Benzin Oh, jetzt wird's lustig Jetzt? Aber jetzt wird's lustig Gidi und jetzt wird's lustig Gidi und jetzt wird's lustig Okay, Jack, ich hoffe Wir sind nicht lustig Wot... Wie habt ihr denn die Tür gefunden? What? Was hat das getan da her? Was lag da? Na, da krieg ich auf Oh, der Sam will das auf wow Was zum Dick Wieso sind das hier zum Ruf? Ruf zur Hölle Kommen wir mal los Komm, es ist schon mal falsche Ja, klar Ich würde gerne Aufhören zu sterben Also lass hier Alter, gibt's einfach gar nichts mehr Jockey Oh Gott, ich bin Scheiße Tank! Scheiße Tank! Wo sind wir? Wo sind wir? Oh, ich bin down, ey. Was ist denn das für ein Lab? Hier liegt ein Hellspike! Hier liegt ein Hellspike! Gib das Diggi! Hellspike! Na 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 na! Diggi, bleib mal die Hellspike! Bei mir liegt ein Hellspike! Wo bist du? Hier im Gebüsch! Schon viel besser! Da hast du es bestimmt draufgeprinkelt! Er kackt die! Er kackt die! Das fiel mir raus! Verbandzeug! Alter, das müssen wir uns merken! Woher weißt du das? Du bist so ein Crack, oder? Nee, die Kippe! Du brauchst so Crack, oder? Elektroschocker! Alter, die Glocken Hellspike! Wie viele Hellspikes liegen denn da? Was? Wo? Ich habe einen Elektroschocker aufgehoben! Für noch ein Hellpack! Ich laufe Herzschlack hinterher! Der hat Ahnung, der weiß, was steht! Du Scheiße, es ist alles überschwemmt! Zusammenbleiben! Mir kann nichts passieren! Herzschlag ist von mir! Ich habe einen Herzschlag! Ich glaube, mein Herz schnell! Hey, zwei Stück! Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat! Kommt ihr den Aufzug, schnell! Ah, Hilfe! Ich fahre mir nicht weg! Wir holen dich ab! Wir kommen zurück! Es steht aufs Prestige! Was auch immer, hoch! Da oben sind es hunderte! Auch zu hoch geradeaus! Wir müssen nur zurück! Wir müssen nur zurück! Nur zurück! Wir sehen auch so viel, ne? Wir sehen vor allem gut aus! Im Dunkeln! Wie viele Bitches rennen da jetzt rum! Habe ich gar keine! Da hinten ist irgendwie ein Scheißding! Gewesen! Ich konnte ja nicht so schnell denken, die schießen können! Oh Gott! Ich seh nix! Boah, Scheiße! Entschuldigung! Süß! Mich nachunterfallen! Nicht nachunterfallen! Weil sie dann... Okay, runterfallen! Was? Weil die dann hochgehalten werden! Stimmt gar nicht! Ich hab's nur im Versuch! Lade! Dann häng ich da! Und hab' ich zugeschaut! Oh, okay! Da häng ich da! Das ist nach troll! Alter, das ist alles komplett über... Oh, Charger! Hilfe! 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 Hier kommt dein! Okay, gut! Danke! Ich bin da! Ich bin los! Ihr Motherfucker! Lass mich weg! Danke schön! Aber mit dem Zombie muss ich selber kümmern! Ja, der ist da unten! Oh, Scheiße! Hoch mit dir! Das ist schon lange keine Frage mit dir! Warte, du brauchst Heilung! Warte, warte, warte! Ich heil mich, heil mich doch! Ich heil mich, heil mich! Hä? Wie, 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 heilst du dich jetzt selber? Ja! Äh, wo lang? Der rennt denn da vorne! Herzschlag, warte! Herzschlag, die sind noch hier hinten! Werden vom Charger verfolgt? Au! Das ist doch nicht blöd! Okay, von den, von den Fettsack mal einen, einen ganz großen! Ah! Tank! 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 Tank confirmed! Hilfe, hier ist ein Panzer! Auch noch! Alter, wir haben deinen Scheißack woanders hin! Tank ist down! Ich geh zu Seven! Ich, ich geh zu, gehst du? Ich geh! Ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh! Ich hab wieder die Beine gebrochen! Der Dings ist doch, das ist doch cool! Wir Dings ist doch cool! Herzschlag ist doch cool! Herzschlag ist doch cool! Ah, da ist er! Danke! Ja! Herzschlag ist cool! Ich brauche den Medi-Pack doch, dann sterbe ich gleich! Oh, Mensch, Sam, komm schon! Der reißt sich zusammen! Müssen wir hier runter? Vermutlich, oder? Ach, nee, sonst hat das hier nichts! Okay, wir warten kurz auf die anderen beiden! Okay, ich bin schon! Dunkel, weil ein Monsum losbricht, ist auch gleich alles überschwemmt! Schreibt der Canyon! Auf deine Frage, wieso ist alles hier so dunkel? Alter, wieso ist das hier so dunkel? Alter, was? Alter, geht! Was denn was? Ligi, was ist da los? Du bist weg! Aktien erledigt! Ich hab eure Hilfe nicht nötig, ihr Schlammen! Hilfe! Okay! Ach, mach! 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 Du bist da rein! Alter, was ist da los? Sie kommen hier nicht weiter! Wo ist Herzschlag? Herrschlag! Mein Herzschlag ist weg! Ich komm hier nicht weiter! Toll, da sah ich gar nichts mehr.. Keine Munition mehr! Komm, komm, komm! Ich bin bei ihr! Jetzt bin ich irgendwie schon viel sicherer! Oh Gott! Oh Leute, nein! Ja, dann helft ihr mal! Mann, sieh mit dem Ding so gut! Alles gut! Alles gut! Die Witch ist tot! Die Witch ist tot! Die Witch ist tot! Irgendein Spitter ist hinter uns! Wir sind wegignoriert, oder? Ja, der ignoriert uns auch! Der wird tot! Wo? Lang? Einfach dem Herzschlag hinterher! Der weiß, wo's lang geht! Du musst erst mal wieder hochkommen! Wow, ich bin runtergefallen und hab mir die Beine gebrochen! Nein, nein, nein! Weißt du, warum? Weil ich Schiff gedrückt hab, um zu rennen! Achso, ich hab ja ne Pistole! Aber warum muss ich hinspringen? Okay, wo geh mir lang? Die unten lang, oder? Müssen wir, also... Wir können das schräge Ding hinten nochmal hochlaufen! Scheiße sind wir langsam! Was, echt? Die Schräge, wo wir grad eben hochgelaufen sind, könnt ihr nochmal hochlaufen! Ja, aber ich kann nicht springen, Alter! Ist das wirklich in Ordnung, weil ich krieche hier echt nur noch! Kannst gar nicht mehr springen? Ja, ne, weil wir im Wasser waren jetzt! Nein, das hat damit doch nichts zu tun! Okay, jetzt hab ich mir auch die Beine gebrochen, danke! Jetzt blieben wir beide hier, oder? Das ist falsch! Ich bin oben! Toll! Ich bin drüber, ich bin drüber! Ja, genau! Warte mal, ich kann Kiki heilen! Oh, kommt grad Thomas! Wo ist Seven? Nein! Ich bin schon wieder runter, Alter, das ist doch zu... Kann einfach nicht springen! Die läuft nicht schnell genug! Dann heil dich jetzt, dann kommst du da hoch! Alles im Griff, alles läuft! Teamwork, das ist ja nicht Teamwork! Ja, aber ist doch Scheiße, Dankeschön! Ah, Scheiße! Was? Ah, Mann! Ich bin gerade am Tricks, und da kommen die Puppies! Tiki, warte! Tiki, warte! Geh hoch, geh hoch, geh hoch! Bleib oben stehen! Halt eigentlich keinen Stress, bitte! Ja, Mann! Heute keinen Stress hier! Warte, 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 warte! Entspannter soll das zu! Hä? Warum ist meine... Mein Headpack ist weg! Das war toll! Jetzt kommt die Beine nicht mehr! Ah, da laufen halt unten lang! Jetzt muss er... Toll, da läuft er halt unten lang, Alter! Toll! Wie geht's guter! Oh nein! 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 Alter, was macht ihr denn da? Könnt ihr mal auf... Woanders rum fügelen? Alter, Heffschlag ist komplett woanders! Ja, ich brauche mich brauche! Ist das eine Scheiße! Du musst sofort zur Kurse! Ich bin dabei auszuschauen! Ich muss sofort zur Kurse! Wir sind fast da! Wir sind fast da! Wir sind fast da! Wir haben noch 14 AP! Panik! 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 Ab in den Panikraum! Ey, da gibt's doch gleich Munition! Lass doch mal zurück Munition holen! Weiß nicht! Ich bin runtergefallen! Und bin vor euch dann! Die Hunde geschlagen! Nice! Oh Gott! Auch mal geschafft! Ja! Scheiße! Ich hätte nicht mal hochheilen sollen vorher! Viel zu einfach! Oh Mann ey! Viel zu einfach! Oh Mann! 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 Warte, let's go! Zurück! Okay. Das wär jetzt aber auch meine Idee gewesen, ich hab meinen auch schon in der Hand. Ach, das tut weh, verdammt! Ich find das irgendwie cool, wie ihr irgendwie so, 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 naja. Aber ist halt dieser Plan eigentlich. Du hast mehr Energie als vorher, also da kann man nichts gegen sagen, das hat funktioniert. Hättet ihr was gesagt, dann hätt ich ihn auch schlagen. Machen wir die Folge zu, oder? Geht's weiter? Geht weiter. Dann weiter. Ich weiß zwar nicht, ob ich mit euch noch weiter so, aber... So gemein, ey, solche gemeinen Freunde hier. Das war nur dein Herzschlag. Ja, toll. Nur das Wichtigste in dein Leben. Ja, wo ist das? Boat. Aber immerhin, ne? Mit dem Defi irgendwie kalt gestellt, aber der Herzschlag war noch klar. Alle daneben gesprungen. Können wir unten angehen, oder? Ja, was immer. Dann sind wir sehr langsam, aber... Einfach Herzschlag nach, da weiß, was es hingeht. Rumschatgun. Was hat er doch gesagt? Rumschatgun? Oh, ein Klo, da gibt's bestimmt Menschenpuh, da können wir Dünger draus machen. Warte spielen. Warte spielen. Warte spielen, ne? Ja, ja, der spannende Part kommt jetzt, und ich muss mit Marv raus. Alles klar. Du wirst nichts verpassen, gar nicht hier. Ne, das spielen wir nochmal. Donnie! Erkält dir, kannst du's dir auch nochmal anschauen, den gesamten Spiel. Ich hab das hilft den beiden. In halber Geschwindigkeit aber. In halber Geschwindigkeit? Geht's hier weiter? Was? In doppelter Geschwindigkeit, damit das mal ein bisschen Action bei dir ist. Wo müssen wir denn hin? Weiß ich nicht, ich bin hinter dir, kein Problem. Toll! Ich bin bei Digi. Toll! So lange wir beisammen sind, ist alles gut. Beisammen? Beisammen. Alter, kannst du auch mal was anderes denken? Schalter! Wunsch bitte. Ja, bitte, dank dich nicht. In Ordnung. Danke. Ja. Ja. Alter, ich hör nichts mehr. Bombe raus, Achtung! Er kommt! 7, Vector! 7! Vector! Ich hab dieses Vector... Er ignoriert, ja genau. Oder... Herzschlag weiß, wie's lang geht. Da bin ich aber froh, dass wir richtig sind. Ja. Ja. Besser als Vector, wäre vielleicht auch Fire in the Hole gewesen. Fire in the Hole! Ist da irgendwie was zum Heilen? Nope. Ich denke, das ist Wäuchte. Alter, du hast mehr HP wie ich. Nein, mir geht's einfach nur darum, dass man was dabei hat und irgendwie wieder... Wenn einer draufgeht, ich hab ein Defi. Ich hab ein Bömschen. Ja, Bömschen ist das fein. Ich hab noch einen Molotow. Ich hab noch einen geilen Spuppetink. Katana hab ich noch. Alter, du bist so geil zusammen mit dem Katana. Das war keine Ahnung. The roof is on fire! Den warst du nicht. Let the motherfucker... Ne, wie war das denn mal? We don't need no water, let this motherfucker burn. Genau. Burn, motherfucker. Burn. Gasbottel? Da ist eben ein Jockey. Oh Mann! Irgendwas ist auf mir. Danke! Ja, bitte. Toll, ich hab's durchs Fenster schießen können, aber ich konnte nicht durchs Fenster gehen. Oh, ihr scheiß Viecher jetzt! Ich hoffe nicht, dass das was mir wichtig ist. Hat da ne Bombe gewo... Ja. Bömmchen. Oder zwei. Oder drei. Eins, zwei, oder drei. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, ob das Spiel auch. Oh, aber ich kenn, da gibt's so einen schade Satz dann. Oder so in irgendeinem Spiel. Da gibt's ein Bömmchen. Oder zwei, oder drei. Ich kenn' ich nicht. Wenn wir so hin, wo seid ihr muss alle? Digi, hey, bekommt ihr da hoch? Hier ist ein Katana. Will jemand ein Katana? Ja, dann hab ich zwei. Doppelsäbel. Du, du Katana. Ich hab da schon ne Axt, aber Katana ist vielleicht doch schneller. Hier ist es Katana. Nein. Und jetzt. Ihr knurrt irgendwas. Hunter. Hunter. Hilfe. Ich bin tot. Du hast Defi. Ja, ich weiß. Nein, ich wollte sagen, du darfst nicht sterben. Sieh nicht. Ich hab auch gar nicht nur blind reingeschossen. In die Meute. Ah, hinter mir! So geht's! Danke. Danke. Ganz ruhig, Mann. Gerne. Ciao. Ciao. Ich hab's angesprochen. Wie kann ich den Defi droppen? Ich möchte den Defi droppen. Wieso willst du den Defi droppen? Na, damit den... Wer hat der jetzt gewünscht? Nein! 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 Ist weg! Toll, das hat Munition nicht raus. Soll mir mal Sonniedreher schießen, um in die Vieh, bei ihm anzuwürdig oder Herzschlag, wer ist wichtiger? Was willst du von mir? Wir sind fast da, wir sind fast da! Wir sind fast da! Wir sind fast da! Wir sind fast da! Ja, das Tier! Ja, das Tier! Ja, auf! Tschüss! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Alle rein, hier los! Wer macht denn immer die Tür wieder zu? Der Herzschlag! Der Herzschlag, Alter! Sehr schön, sehr schön, sehr schön! First try! Der Erste geht durch die Tür, Tür zu! Der Zweite geht durch die Tür, Tür zu! Denkst du, hä? Was ist hier los? Mir wurde sie auch vor der Neidem zugeschlagen! Oh Gott! Ich finde das so entspannend auch! Total! Wer hat den Defi? Ich! Dreh! Das heißt... Hey Herzschlag, komm mal her! Nein, ich hab zu viel Energie! Ich heil mich! Nein! Du stirbst! Bring den Dreh um! Ich heil mich auch gerade! Ich hab noch grün! Ich hab noch grün! Alles cool, alles cool! So, alles gut! So, wie sieht's aus mit dem Teil? Musst du sagen! Ja, sieht so aus! Sieht gut aus! Wenn jemand der Brechstange... Nope! Dann bis zum nächsten Mal wieder Sean Reinga und Dankeschön und Tschüss! 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 Vielen Dank.